Liebe Freunde und Sympathisanten der AfD, heute beschäftige ich mich mit einem Thema, was ich für besonders wichtig finde, weil es Gesundheitsgefahren betrifft, denen die Menschen in Teutschental und Umgebung bis in den Raumhalle hinein ausgesetzt sind. Ich beschäftige mich also mit der Grube in Teutschental und der Einlagerung von Giftstoffen dorthin und nicht nur dem beißenden Geruch, der dabei entsteht, sondern vor allen Dingen mit den Giftstoffen, die dort eingelagert werden, über deren Konsequenzen man sich heute noch gar nicht im Klaren ist, aber dringend was getan werden muss. Ich mache dazu zwei Videos. Das erste zur Geschichte dieser Giftmühleinlagerung in Teutschental. Das zweite, in 14 Tagen soll das dann folgen, zu der Frage, wie aktuell sich die Parteien dazu positionieren und was die Bevölkerung eigentlich selbst tun muss und die Menschen, die betroffen sind, um auf ihr Problem weiter aufmerksam zu machen. Und ich habe dann vor, eine Bürgerversammlung durchzuführen, in der wir uns unterhalten können, wie man hier den Druck auf die Landesregierung erhöhen kann, damit endlich Abhilfe geschaffen wird. Soweit die Vorbemerkung. Schon zu DDR-Zeiten begannen die beiden deutschen Staaten mit illegalen Müllgeschäften. Im Westen mangelte es damals an Deponien für immer größer werdende Müllberge, im Osten fehlte es an Devisen. Findige Beamte und Unternehmer kamen dann auf die Idee, beide Probleme mit einem Streich zu lösen, nämlich mit manipulierten Lieferverträgen, Rechnungen und Frachtpapieren. Ausgestattet wurden viele hundert Laster voll Müllflugasche, Salz und Schlacken von der hanseatischen Baustoffkontor GmbH aus Hamburg in die Deponie Schönberg verbracht. Auf beiden Seiten der deutsch-deutschen Grenze verdiente man an diesem Geschäft, das schon damals mafiöse Strukturen aufwies. Dies war Ende der 70er Jahre. Mit der Wende wurde dieses Geschäftsmodell nicht nur nicht beseitigt, sondern in völlig neue Größenordnungen ausgeweitet. Plötzlich standen mehrere stillgelegte Kalibergwerke zur Verfügung, die nicht nur Raumboten, Müll einzulagern, sondern überdies auch noch in Teilen einsturzgefährdet waren. Um diese Gefahr abzuwenden, hätte alleine für die Grube Teutschental eine Milliarde Mark aufgewendet werden müssen, um diese nach dem Stand der Technik zu verfüllen. Da für weitere Gruben ähnlich hohe Kosten zu erwarten waren, war dies dem Bund viel zu teuer. Und das ist der grundlegende Ausgangspunkt. Wir haben nämlich genügend Versatzmaterial, was ungiftig ist und unbedenklich wieder zurückgeführt werden könnte, nämlich aus den vorhandenen Halden, die wir zum Beispiel hier im Mansfelder Land vorfinden. Aber das war den Herrschaften zu teuer. Stattdessen hatten sie eine super Geschäftsidee und die bestand dann darin, dass auf Betreiben der Treuhandanstalt am 26. November 1990 unter Federführung von Klaus Töpfer von der CDU, damals Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, eine Besprechung zur Nutzung untertägiger Hohlräume in Thüringen und Sachsen-Anhalt durchgeführt wurde. Also Nutzung untertägiger Hohlräume in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Das ist ein wörtliches Zitat. Das war das Thema dieser Konferenz. Dort einigte man sich darauf, die Gruben nicht kostenintensiv mit Bauschutt zu verfüllen oder mit den Grubenhallen, sondern den zuständigen Unternehmen Genehmigungen auszustellen, dort Giftmüll einlagern zu dürfen. Das heißt also praktisch, Giftdeponien unter Tage zu errichten. Je giftiger dieser Müll, desto größer würde der Gewinn sein und je weniger Kosten hätte der Staat, die Verfüllung zu finanzieren, denn diese Firmen würden die Nutzung dieser Hohlräume bekommen und diese Verfüllung übernehmen. Die Gesundheit war für die damals Befassten, genauso wie es leider heute der Fall ist, erst zweitrangig. Durch diese Genehmigungen wurden die Betreiberfirmen der Gruben für Investoren aus dem Westen natürlich umgehend interessant. Von der treuern Tochter Kalimack ging die Grube Teutschental am 1. Januar 1991 an die Firma Halt-Safe, also ironischerweise oder sarkastischerweise sicheres Halle, Halt-Safe, die bis November 1991 15.000 Tonnen mit Schwermetallen und chlorierten Kohlenwasserstoffen kontaminierte. Erde aus einem Aluminiumwerk aus dem Stuttgarter Raum in die Grubur kippte und dies zu einem Zehntel des Preises, den man im Westen hätte zahlen müssen. Nach Protesten wurde dies eingestellt und als Panne bezeichnet. Genehmigt war allerdings nur die Verwahrung, ich zitiere, Emissionsneutraler Reststoffe. Emissionsneutrale Reststoffe. Also Sachen, die keine Gesundheitsgefahren beinhalten. Seit dem 12. Mai 1992 hat die Grube Teutschental, Sicherungs-GmbH und Co. KG die Grube Teutschental mit giftigem Bauschutt befüllt. Im Grunde genommen bleibt alles beim Alten. Lediglich der Betreiber ist ein neuer und man nutzt ein anderes Verfahren sowie einen Trick. Weil mit dem Industriemüll und den Verbrennungsrückständen einsturzgefährdete Stollen abgestützt werden sollen, verwandelt sich die giftige Fracht rein rechtlich zu unter Tage verwertetem Reststoff und der wiederum darf nach Bergrecht als sogenannter Versatz eingelagert werden. Das heißt, aus der Untertage-Deponie wird ein sogenanntes Versatzbergwerk. Grundsätzlich hat beides die gleichen Sicherungsanforderungen. In beiden Fällen müsste die Langzeitsicherheit über tausende von Jahren garantiert werden. Doch weil es bei den Versatzbergwerken ja eigentlich um die Sicherheit des Berges geht, dauern die Genehmigungsverfahren nur einen Bruchteil der Zeit und Nachbarn als Anwohner stören weitaus weniger, da der Bergversatz ja eigentlich ihrem Schutz dienen soll. Was nach diesen Überlegungen passiert ist, liest sich wie ein Krimi. Im Juli 2002 und auch im Jahr 2003 kam es mehrfach zu untertägigen Brennen. Es traten auch giftige Rauchgase aus. Politiker von CDU und SPD arbeiteten mit der GTS Hand in Hand, um immer noch mehr Giftmüll in die Grube Teutschental einzulagern. Trotz mehrerer Bergschläge wurde die Liste der Einlagerung der genehmigungsfähigen und genehmigten Stoffe beständig erweitert. Durch das angewandte Verfahren der Dickstoffverflüssigungsanlage werden diese Stoffe allerdings nicht mehr aus der Grube entfernbar. Der Giftmüll wird nämlich mit Sohle verflüssigt und das Gemisch kann dann in die untertägigen Hohlräume gepumpt werden. Dabei werden kleinste Risse gefüllt und der hochgiftige Müll kann sich so in ungeahnte und vor allem unkontrollierte Weiten verteilen. Niemand weiß, welcher Stoff an welchem Ort eingelagert ist. Kontakt mit Grundwasser ist nicht auszuschließen. Doch weder die Betreiber noch die verantwortlichen Politiker sehen eine konkrete Gefahrenlage oder einen unmittelbaren Handlungsbedarf. Ohne die eingangs erwähnten Geruchsbelästigungen hätten die Anwohner nie gemerkt, welcher schädlichen Belastung sie ausgesetzt sind. Unter Tage verbinden sich die Giftstoffe und reagieren zu Gasen, die teils giftig sind und teils übel riechen. Über die Wetterschächte gelangen sie je nach Wind und Wetter bis in den Süden Halles. Anwohner klagen über Juckreiz, Kopfschmerzen und Atemnot. Eine Anwohnerin hat auf eigene Kosten ihr Blut untersuchen lassen und es wurden Schwermetalle in diesem Blut festgestellt. Man muss dazu sagen, dass selbst jetzt schon überlegt wird, schwach radioaktive Abfälle in diese Grube zu bringen. Das wird zwar immer dementiert, aber es gibt Schriftstücke, in denen ein solches Kalkül vorhanden ist. Das ist eigentlich für die Menschen in der ganzen Region untragbar. Wir haben dieses Thema in den Landtag gebracht und endlich kommt etwas Bewegung auf. Allerdings sind die Reaktionen der verantwortlichen Politiker sehr, sehr zögerlich. Entschiedenes Handeln zum Schutz und Wohle der Anwohner findet bislang nicht statt. Die Einlagerung geht unter minimalen allenfalls kosmetischen Veränderungen weiter. Worin diese bestehen, werde ich dann ausführen. Es werden also Duftstoffe eingesprüht, es wird Wasser eingesprüht und man muss sich klar machen, dass diese Giftstoffe so gefährlich sind, dass man die Bewetterung gar nicht einstellen kann. Das heißt, es müssen pro Minute 5000 Kubikmeter frische Luft durch den Schacht gejagt werden, damit es unter Tage nicht zu entzündlichen Reaktionen kommt. Das kann man gar nicht abstellen. Und das zeigt allein, wie gefährlich das ist, weil in dieser Abwetterung, in der Luft, die aus diesen Schächten durch diese Schächte geblasen wird, natürlich Partikel der entsprechenden Giftstoffe vorhanden sind. Darauf gehe ich wie gesagt im nächsten Video ein. Für die CDU hat Dr. Reinhard Hadesloff von der CDU 2011 ausgeführt, 2011 im Wahlkampf, Zitat, Wir werden alle denkbaren Auswirkungen auf Mensch und Umwelt sorgfältig prüfen. Vor allem geht es darum, ob das für die Einlagerung vorgesehene Material unter Sicherheitsaspekten geeignet ist. Vor dem Abschluss dieses Prüfprozesses werden keine Entscheidungen getroffen. Zitat Ende. Wir wissen aber jetzt, was dort tatsächlich geschieht und was dort eingelagert wird. Also hat Herr Hadesloff sein Versprechen nicht eingehalten. Und an der Stelle möchte ich aber auch eins klar sagen. Es geht mir nicht darum, diese Arbeitsplätze zu vernichten, die Einlagerung von Versatzstoffen, die gesundheitsunschädlich sind, zu unterbinden, sondern im Gegenteil, es geht darum nur, den giftigen Versatz zu stoppen und die Arbeitsplätze zu erhalten, indem dort Materialien verfüllt werden, die keinerlei Gesundheitsgefahren für die Anwohner mitbringen. Und das hat Haseloff schon 2011 zugesichert. Und genau diese Zusicherung wurde nicht eingehalten. Professor Claudia Dahlbart von den Grünen hat gesagt, ich zitiere, statt die Bürgerinnen mit einem solchen Vorhaben einem hohen gesundheitlichen Risiko auszusetzen, wollen wir eine Verfüllung der Altbergbauschächte mit unbedenklichen Füllstoffen durchsetzen, die zwar kostenintensiver, dafür jedoch gesundheitlich ungefährlich wäre. Zitat Ende. Ja, genau. Und jetzt sitzt Frau Dahlbert in der Regierung mit den Grünen und jetzt macht sie gar nichts in dieser Richtung. Und was muss man von dem Politiker Willingmann halten, von der SPD, der ja auch in der Kenia-Koalition ist und der zuständig ist für die jetzige, für die ganze jetzige Situation, um dort Veränderungen zu schaffen. Darauf komme ich zu sprechen dann in der nächsten Video-Ausgabe. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.